Amphibia. Nur im Disney Channel. Hey Leute, der Wahnsinn! Seht euch das an! Was sollen wir uns ansehen? Insel der Verdächtigen. Das ist meine Lieblingsserie. Ich hab die neue Staffel und hab's nicht gemerkt. War wohl der Auto-Download, bevor ich hier gelandet bin. Wer ist dieser Auto? Und was hat Download zu bedeuten? Schnauze und gucken. Bisher bei der Insel der Verdächtigen. Dieser Ort bringt meine Gefühle in Wallung. Da! Noch mehr Ernst! Aha! Die haben Nasen! Auf dieser Insel sind alle irgendwie verdächtig, Peruvier. Bis auf dich. Aber Randy, ich finde, du bist verdächtig. Nein! Insel der Verdächtigen. Wer nicht misstrauisch bleibt, wird nicht am Leben bleiben. Was ist das für ein dämonischer Unsinn? Hopp, hopp. In dieser Serie tun schöne Menschen dumme Dinge, während Sachen explodieren. Das ist voll der Hammer. Ja! Das will ich sehen! Nicht so voreilig. Anstatt, dass ihr euch diesen Müll anseht, könnte ich euch auch richtige Unterhaltung anbieten. Oh nein! Eine Szene aus Der seichte Teich. Traurigkeit! Die Welt ist traurig. Aber siehe! Da! Ein Teich! Ist der tief? Oder ist der seicht? Insel der Verdächtigen! 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 Okay, von mir aus. Ja! Aber nur einmal! Das kann nicht sein, Vivica. Diese Flugsaurier sind Klone meines verstorbenen Bruders. Klone? Hm. Werden Sie es schaffen, von der Insel wegzukommen, findet es heraus bei... Und? Das war's für heute Abend. Aha! Jetzt kommt schon! So quälst du uns! Glaubt mir. Damit darf man's nicht übertreiben. Na schön, ihr Kaulquappen. Ab ins Bett! Wie soll ich schlafen, wenn ich nicht weiß, was aus Vivica und Chad geworden ist? Schlafen ist doch blöd! Ich will sofort weiter gucken! Und? Was meinst du, Hop-Hop? Ist doch besser als dein öder Lesekram. Diesen öden Lesekram nennt man Poesien. Und wenn du auch nur einen Funken Kultur in dir hättest, würdest du sie nicht ablehnen für diese neumodische Schrott-Unterhaltung? Tja, du wirst auch noch süchtig werden. Au! Oh! 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 Letzte Woche bei Insel der Verdächtigen. Untertitelung des ZDF, 2020